hallo zusammen ich bin Sefracin wir sind hier in der Exuma von Ente und das ist gespawnt worden von Treborn und er wollte hier mal schauen wissen wie es geht dass man die Pflanzenbeete automatisch farmen lassen kann was ja halt mit der Scrap-Mod von Astic geht so und du hattest jetzt einige fragen lass mal hören ja ich vergesse es halt oft die Beete abzufarmen und da wäre es natürlich ganz cool wenn ich einen kleinen Garten hätte der mir die Beete farmt sobald die farmreif sind was muss ich machen ganz leicht also wir benötigen halt zwei LCDs Kühlschrank wirst ja sicher haben na steht unten ein paar Credits die wir dann in den Kühlschrank legen können und halt einen NPC Crew Human also Mensch ich bin auf Englisch das ist dann immer so der Gewohnheitsversprecher ja wir haben da schon halt fürs Video ganz klein wenig vorbereitet den Raum gehen wir jetzt mal zum Skriptraum drüber runter halt der eine LCD die müssen halt auch immer der Gruppe zugewiesen werden damit man die benennen kann du kannst die LCDs mal platzieren der erste LCD oder halt einer davon ist der Skript LCD der muss immer benannt werden mit Skript großes S dann halt normal Skript C-R-I-G-E-T Oh warte mal lass mich grad noch mal ich würde gerne mit Rahmen machen das sieht besser aus Jo sorry mein Fehler jetzt alles gut alles gut ja das sind dann halt noch so die Ansprüche die jeder an sich selbst stellen kann wie gesagt die müssen halt einer Gruppe zugewiesen werden da könnt ihr entweder automatisch sortieren machen oder eigene Gruppen machen ich persönlich bevorzuge halt dass ich eine Gruppe habe wo ich die Skript LCDs zuweise und eine Gruppe habe ich wo ich die Output LCDs drin habe und dann habe ich nochmal eine Gruppe meistens für LCDs die halt normalen statischen Text haben also so die ganzen reinen Deko Skripte das war jetzt hier in dem Schiff leider noch nicht der Fall die sind alle immer nur so benannt für das was sie sind ist ja durchaus legitim weil das müssen wir ja auch machen also das passt jetzt kannst du die halt also ich gehe davon aus die Exuma ist automatisch sortiert in dem Fall wie auch immer ja ja ich habe sie alle komplett automatisch sortiert habe ich auch gerade schon gemacht ja tipptopp gut ähm dann kannst du jetzt halt den einen anschauen p drücken und tust den benennen Skript Doppelpunkt reingeschrieben oder groß großes S ah ok äh nach dem Doppelpunkt machst du die eckige Klammer also die viereckige Klammer ja die offene äh ja einmal öffnen dann plus äh dann kannst du irgendeine Zahl eingeben ähm ich nehme gerne 12 bei dem Skript und dann halt mit der äh 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 äckigen Klammer wieder schließen und nennst das Ding harvesting Leerzeichen Harvest? Nein, ohne Leerzeichen. Direkt hinter der Klammer? Genau. Also Doppelpunkt, dann die RKK-Klammer auf, plus 12 RKK-Klammer zu, direkt Harvest. Ah ja, okay. Hab ich gemacht. Sehr schön. Und dann den anderen LCD. Den nimmst du jetzt nur Harvest. Halt exakt gleich geschrieben. Oder halt Ernte, kannst du auch nennen. Egal. Ich hab auch mit Englisch kein Problem. Das ist halt reine Gewohnheit. Mhm. Was ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet hab, ist nämlich das Script selbst. Halleluja. Aber ich nehme ja zum Glück die Dings auf. Dann gehen wir auf den GitHub und dann den Link zum GitHub findet ihr auch unten in der Beschreibung vom Video. Jetzt will ich gerade schon überlegen. Standalone müsste das sein. Genau. Farming. Und dann haben wir hier Plant Harvest. Da könnt ihr halt den Code hier unten machen. Das ist halt einfach noch die ganze Beschreibung auf Englisch oben. Könnt ihr den einfach kopieren. Geht wieder ins Spiel. Und ich habe ja die Möglichkeit ein bisschen zu cheaten. Jetzt kann ich hier halt rein und schau. Ja, das ist das Harvest-Skript. Tun wir das hier gerade einfügen. Das müsst ihr sonst selber machen. Und jetzt sehen wir halt, weil schon Koordinaten drin sind, aber natürlich die falschen. Und das Kühlschrank falsch heißt und so weiter und so fort. Steht jetzt hier an der rechten Seite halt Whole Combat. Das heißt, wir wissen, der Exjuma ist aus Gefechtsstahl gebaut. So, jetzt mache ich mich aber wieder sichtbar. Aber nicht ursprünglich. Okay, gut. Jetzt kommt da schwieriger, der Teil. Jetzt gehen wir wieder hoch zu den Pflanzenbilden. So, und was wir jetzt hier machen müssen, ist, du machst jetzt mal die Konsole auf. Das müsste standardmäßig mit Öl sein. Ja, bei mir ist es die Circumflex-Taste. Okay. Ich habe es auf Backspace, also irgendwie das Seine. Und dann gehst du hier in die Ecke und schaust den Kürbis an und dann siehst du ich mache bei mir auch schnell also DI gibst du in der Konsole ein und wenn du dann den Kürbis anschaust siehst du in der untersten Zeile du hast ja oben rechts jetzt nochmal so ein Feld gekriegt da siehst du in der untersten Zeile Pumpkin Stage 3 das ist dann halt dass er ready ist und dann siehst du in den Klammern drei Zahlen 8 129 21 Das sind die Koordinaten wo das Ding sitzt? Genau. Das ist von der Struktur wo wir drauf sind also hier von der Exhumor die erste Zeile das ist halt etwas was deswegen sage ich es jetzt einfach nochmal die erste Zeile ist das was viele verwechseln da stehen nämlich auch Koordinaten das sind aber die Koordinaten von der Welt also vom Playfield und wir müssen immer das unten nehmen also direkt neben Pumpkin also jetzt in dem Fall Pumpkin halt also Kürbis die drei Zahlen 829 21 da wir ja nicht gute Märken sind habe ich mir das vielleicht schon aufgeschrieben ah du hast das aufgeschrieben gut brauche ich noch was? ich brauche nur die Koordinaten aufschreiben oder? du brauchst jetzt mal diese eine Koordinate und da wir halt das ist ja ein Skript das heißt mathematisch das heißt wir können hier gleich eine Fläche eingeben jetzt könnte man natürlich hier die diesen jetzt werden mir den Namen echt nicht mehr einfallen halt das Ding hier genau das Ding anschauen und die Koordinate nehmen aber wir sind ja faul deswegen gehen wir einfach rüber weil du hast ja da nochmal Beete rein gequetscht und gehen jetzt hier zum Herbal Leaves hier zu dieser Blume und schreibst dir die Koordinaten davon auf und was ist das jetzt? ja minus 8 129 aber dann 23 genau so jetzt können wir wieder runter gehen und da du das ja aufgeschieben hast können wir jetzt ganz faul sein in welchen der Kochzutaten dürfte wohl der Kühlschrank sein? richtig? da soll es rein richtig da kannst du jetzt halt zum wenn man faul ist schaust den an drückst P und kopierst den Namen raus ähm habe ich gut dann gehen wir zum Skript drüber mhm so jetzt kannst du das Skript editieren und die obersten 6 Zahlen halt mit den Koordinaten die du aufgeschrieben hast austauschen immer schön mit Leerzeichen also nicht das Komma äh wie es äh im Debug Info wie das Ding heißt steht dann sind die Koordinaten mit Leerzeichen drin okay genau gut also wir haben jetzt hier oben 8 Leerzeichen 1 2 9 und 2 1 wieder Leerzeichen dann kommt minus 8 Leerzeichen 1 2 9 Leerzeichen 1 2 3 und dann Enter oder was ne ne kein hier kein Enter weil dann würdest du ja sonst die geschweifte Klammern auf die nächste Zeile machen richtig was du jetzt machen kannst ist den Fridge Harvest den Text markieren und den Text einfügen also den Namen vom Kühlschrank ähm 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 ach hier Fridge Main Input das da genau ja ähm die Anführungszeichen bleiben die müssen bleiben ja einfach nur der der Text austauschen Fridge Main Input ist dann das da ähm ja und jetzt kannst du einfach nebenan klicken und dann auf Escape äh Entschuldigung das hab ich das gerade akustisch nicht verstanden wo draufklicken du hast ja ähm ich muss nochmal schnell hier so wenn du das äh Textfeld offen hast mhm dann hast du ja jetzt den Text geschieben und dann klickst du einfach zum Beispiel überhalb der Textfarbe oder sowas einfach außerhalb des Textfelds irgendwo hinklicken ach so ja ja und dann halt normal Escape gut äh jetzt kannst du aus dem Menü raus mhm ähm dass ich hier noch schnell macht das ist aber nur für die äh reine Optik Convert to New Mode äh weil dann hat man den Zeilen Umbruch und kann das genau lesen äh genau was ich jetzt gerade sehe ähm das ist gut ähm du kannst es jetzt nochmal öffnen und du siehst ja du hast diese Eckklammer 3a df 00 also den Hexcode für die Farbe äh den kannst du markieren und komplett also von Eckklammer zu Eckklammer markieren und ein Sternchen machen stattdessen weil ähm das Skript hat Mühe Farbcode äh als solchen zu erkennen mhm also nur Sternchen setzen einfach nur ein Sternchen setzen statt des Farbcodes aber in die Klammer oder die Klammern wegmachen Klammer auch wegmachen das einfach vor Food steht nur ein Sternchen also äh Anführungszeichen Sternchen Food genau genau ähm noch nebenbei einfach schnell falls ihr euch wundert was dieses Falls ist das ist für das Skript um äh zu sagen ob ihr wenn die Pflanzen sterben ob ihr die auch fahren wollt oder nicht jetzt aus irgendwelchen Gründen ähm kostet das mehr als die eigentlichen Pflanzen also wollt ihr da grundsätzlich immer vor uns stehen haben und ähm was wir jetzt gerade noch machen ist wir sehen ja hier noch zwischen Foodin also dem Kühlschrank und dem Falls sehen wir ja nochmal Koordinaten und wie ich vorhin sagte wir brauchen einen NPC und den können wir jetzt auch noch schnell setzen ja und da würde ich jetzt hier vor den Nahrungsmitteln naja besser vor den Kühlschrank die nette Dame hier hinsetzen nein ähm das haben wir leider nicht ähm geändert also da musst du quasi auf den Standard gehen der Standard Mensch äh Mensch an Konsole heißt das denn glaube ich das müsste das sein was du automatisch als erstes setzt na dann das mach ich doch hin Moment ah ja ich seh's im Bild unten das ist der hier dann steht der so vor dem Kühlschrank ja genau das passt auch so im letzten tust du bei dem auch schauen dass er äh dass du die Koordinaten nimmst das ist müsste 226 222 sein genau 226 222 das war's das war's für den Moment ja die muss ich jetzt da drüben eintragen die tust du jetzt auch hier eintragen halt zwischen dem Namen und Falls das wäre jetzt Child on Harvest ID nein da wo Foodin steht ja und danach hast du auch drei Zahlen direkt neben Foodin ah ja also auf der Harvest äh äh Adroot Zeile genau und diese drei Zahlen ersetze ich durch die 226 222 226 222 genau genau hier oben auf der untersten Zeile in den drüben Klammern was jetzt hier auch äh super ist ähm wir haben die zwei Sachen auf verschiedenen Ebenen das ist dem Skript egal was aber nicht egal wäre ähm wir können nur eine Ebene abfahren das heißt äh auch wenn wir hier Koordinaten eingeben diese Koordinaten müssen immer auf derselben Höhe sein und wenn man dann eine andere Ebene machen will also zum Beispiel hier auf der Höhe wo wir jetzt sind dann müsste man hierfür ein neues Skript machen wo dann aber wiederum der NPC und der Kühlschrank ist weil der Kühlschrank funktioniert ja sowieso über Name das ist wiederum egal was ich jetzt gerade merke ich habe noch nie getestet ob man verschiedene Skripte mit demselben NPC und Kühlschrank laufen lassen kann könnte man mal versuchen ähm das ist interessant nicht dass nachher da oben die Kochzutaten sich mir angezeigt naja gut ich meine ich habe bei mir in der Base habe ich eine Ebene für Futter und eine Ebene für Medizin und da habe ich halt logischerweise auch verschiedene Kühlschränke weil ich verschiedene Lebensmittelkonstruktoren dran habe die dann halt jeweils nur entweder Futter oder nur Medizin machen ähm ja was wir jetzt natürlich noch das letzte machen können weil das schön ist ja wir sehen hier drüben schön die ganzen Harvestable Corn Harvestable Anaphylo Maxima Harvestable Pumpkin Pumpkin Harvestable ähm das letzte was jetzt noch fehlt ach so ähm gehen wir noch schnell ähm zum Kühlschrank und ich muss hier schnell wieder äh cheaten einfach dass ich das auch schnell sehe wir sehen hier zum Beispiel ähm 370 Natural Stimulant wir sehen ähm was haben sie Pumpkin äh das gibt Gemüse okay sehr schön wir haben nur zwei Gemüse ne zwei Gemüse und äh 452 Früchte aber ich denke mal zwei Gemüse ist einfacher zu merken so dann leg du mal die Credits rein und ich ich cheat mich schon mal äh ne was heißt cheat mich ich geh mal schnell wieder nach hinten weil jetzt steht immer noch Harvestable dann leg du jetzt mal die Credits rein in den Kühlschrank mhm 3 und dann müsste dann über das Menü da oben dann ja angezeigt werden über die Kochzutaten äh äh ach ja so auch über den Kühlschrank genau mich würde hier interessieren beim Skript ja jetzt hat es mal kurz gerattert jetzt müsste es eigentlich ja jetzt habe ich nur noch 19.820 auf der Geldkarte vorher waren es 20.000 also es muss schon irgendwas bezahlt worden sein also irgendwas ist passiert äh ja jetzt haben wir nicht mehr zwei Gemüse sondern 34 Gemüse mhm jetzt gehen wir mal schnell nach oben schauen und ja die sind die sind alle gehandelt sehr schön ja der tut wenigstens was für sein Geld ja und so schnell und einfach kann das gehen perfekt äh und da das jetzt ja so richtig schwer war hast du irgendwelche Fragen wahrscheinlich nicht oder ich glaube das müsste ich mehrfach machen um das dann auch wirklich auswendig zu können aber also ich kann mir das schon merken dass ich mir einfach nur auf der einen Seite die Ordinaten von der einen Pflanze nehmen muss und auf der anderen von der Pflanze auf der anderen Ecke und äh die dann da eintragen das Skript theoretisch ist es eigentlich selbst erklärt wenn man weiß worum es geht ja eben deswegen habe ich ja auch das Tutorial gemacht dass man da halt ne Schritt für Schritt mal ein paar Sachen macht und dann ist das Lesen eines solchen Skripts eigentlich ziemlich leicht das Schwierigste hierbei deswegen habe ich das eigentlich auch auch bei äh noch alltäglich drin halt nicht bei leicht weil ne man braucht halt schon einen Konsolenbefehl um die Koordinate zu sehen und dann muss man da halt noch die richtige Koordinate nämlich die untere nehmen aber eigentlich auch da selbst erklären weil ich schaue ja hier die Pflanze an und dann steht auf der untersten Zeile was es ist und dann daneben die Koordinate davon ja und halt dasselbe nochmal ähm halt für den NPC und der Name des Kühlschranks und dass man da Geld rein machen muss also ja eben deswegen es ist eigentlich noch alltäglich es ist nicht wirklich schwer und das Skript ist ähm man hat hier den äh den Hauptblock eben Harvest oder da werden halt eben ansonsten Recon äh Decon und Recycle wo hier halt eben der Name des Kühlschranks ist und die Koordinate ähm ja wie jetzt als wenn ich jetzt mal vergesse Geld rein zu tun oder äh ja meutert dann mein Gärtner der meutert der klaut dir dann alles Gemüse und haut ab nein äh der wird dann halt einfach nicht er geht da halt in Streik und arbeitet nicht bis er wieder Kohle sieht also mehr ist er nicht der haut da nicht ab ne 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 äh äh der klaut dir auch nichts äh wie gesagt das ist wie wenn du nicht bezahlt werden würdest dann würdest du auch einfach aufhören zu arbeiten und sagen Leute erst mal Zahltag oder halt mindestens ne ich will das Geld sehen dann arbeite ich und dann kriege ich es wenn ich gearbeitet habe aber vorher ne 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 letzte Frage habe ich noch ähm ähm kann ich mir wenn ich jetzt eine Blaupause von dem Schiff mache äh äh das Skript wird so mitkopiert mit allem drum und dran ja 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 prespawn wieder genau weil das ist ja ähm quasi ein LCD-Inhalt und wie halt alle anderen LCDs ne auch äh hier die die schönen Deko-Sachen hier draußen so wie die Kochzutatenanzeige und so genau das sind ja alles äh LCD-Inhalte und die werden auch schön immer mitgespeichert und äh wiedergegeben oder auch hier dein intergalaktisches Fernsehen aber irgendwie scheinst du schlechten Empfang zu haben der sucht hier immer noch einen Datastream ja ich bin ja hier auch am ähm Hintern der Welt ja naja du hast zwar UCH auf dem Planeten aber naja ja gut ähm das wärs eigentlich soweit wie gesagt also man muss DI für Debug-Info eingeben dort auf der untersten Zeile die Koordinaten lesen da braucht man halt die zwei Ecken eines nennen wir es Quadrat oder Rechtecks ne was sie halt für die Fläche gibt genau über die Alt-Taste ne was Entschuldigung ich glaube ich war woanders du meinst die Eckige Klampe über die Alt-GR-Taste ach so ja genau die Eckige Klampe über die Alt-GR-Taste ähm da halt noch eine Plus Zahl eingeben also ich mein ey ne ihr könnt jede Zahl eingeben aber wir ähm die 12 halt ne das ist halt eine Zeile zwei Zeilen drei vier sechs sieben acht neun zehn elf zwölf wir könnten hier jetzt auch einfach schnell ich mach das jetzt einfach noch schnell zum Abschluss ähm ne 16 eingeben oder 4 oder was auch immer und voila ne mit 16 zeigt er halt mehr Zeilen an ähm das ist halt eigentlich für andere Skripte ist das interessanter weil hier sieht man einfach nur die Koordinaten ähm ähm um 12 ist halt irgendwie so ein Wert das sieht man einige Zeilen und man hat wenn man jetzt ist LCDs übereinander setzt hat man dann ein bisschen Abstand das hilft dann zu unterscheiden so ne so rein vom Auge wenn das LCD jetzt hier oben drüber wäre dann würde man halt auch besser sehen ach ja hier fängt das Skript an ja aber das ist eigentlich äh lange breit gut an dieser Stelle ganz kurz letzte Frage noch vielleicht auch noch interessant bei den Kochzutaten ähm da hat mir der äh nette andere Kollege unten einen Scrollbefehl reingesetzt geht das hier auch so dass dann praktisch auf dem Display alles angezeigt würde was gefahren wird wenn du das mal schaust hier drüben da ist noch ein Scroll deine Frage sehr gut nachvollziehen äh es ist aber so dass jetzt halt im Gegensatz zur Kiste wo du eine bestimmte Anzahl hast die halt die Listenzahl überschreiten kann hast du bei diesem Skript halt ähm funktioniert das so wenn ich wenn ich jetzt da mal ähm ich geh mal schnell cheaten so weil zum zeigen ist das halt einfacher und schneller ich nehme jetzt hier mal ähm einfach die Eckklammer Pluszahl raus und der Text verschwindet komplett weil bei diesem Skript funktioniert das so dass in dem Moment ähm wo er arbeitet ähm das sind die sogenannten Cycles also die die Zyklen in denen der Skript arbeitet äh ist ungefähr eine Sekunde nicht absolut aber ungefähr ja jetzt sieht man es und jetzt ist es wieder weg mhm und das Pluszahl es dient eigentlich dazu dass man es halt Zeit hat zu lesen also halt gerade wenn es irgendwelche Fehler gibt zum Beispiel das kann ja auch bei dem eben wenn man sich jetzt bei der Koordinate vertippt hat zum Beispiel dann hätte man halt ohne dieses Pluszahl einfach Mühe festzustellen ähm was es wäre und halt mit dem Pluszahl sagt man wie viele Zeilen quasi noch bestehen bleiben sollen und der nächste Output vom Skript wird dann eigentlich unten dran gehängt also und halt bei der Kiste ist es halt relevant weil du hast da halt Inhalt den du definitiv sehen musst und bei dem hier ist es ja es sind halt auch nicht allzu viele Beete ähm ich könnte mal schauen ähm ja why not versuchen wir das mal schnell ähm man könnte das dann ja auf dem Projekt auswerfen und den Projekt irgendwo in der Nähe der Beete oder des Gärtners haben und dann dort die Anzeige laufen lassen was als nächstes geertet wird zum Beispiel ja ich überlege mir jetzt nur gerade ob ich das bei Each hab oder drüber die Frage ist ne weil es dauert ja nur ein zwei Sekunden wo ich das Ding weg hatte also schauen wir noch mal schnell ähm bevor ich jetzt hier zu viel Zeit auch investiere äh im Video um zu schauen ob das funktionieren würde 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 wären 10 alle 10 Sekunden läuft das Skript ähm damit würdest du im besten Fall 10 Zeilen anzeigen können das heißt also 10 Zeilen mehr ähm ich meine du hast jetzt mit 2 mal 9 eigentlich ein eine Minibeet also das lohnt sich ja schon fast nicht dafür jemanden anzustellen das ist ja der ganze administrative Aufwand ist doch viel zu groß dafür also ja die Basis wird ja auch irgendwann fertig und da kommen ein paar mehr Bete rein deswegen wenn ich das jetzt schaue auf dem Chef dann weiß ich wie ich es machen muss ja was ich dann aber wiederum empfehlen würde wäre dann halt statt eines LCDs dass du dann ähm einen Projektor nimmst ähm und dort kannst du ja die Höhe einstellen okay und auch die Breite weil im Moment hast du quasi de facto 2 Zeilen für eine Zeile äh hier gerade bei der obersten oder hier bei 1604 ähm 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 ah pre-harvest was da ist schon wieder pre-harvest ja ist ja Wahnsinn ist ja so laut nee nee dass da so schnell äh ready ist wieder zum zum Harvesten anyway ähm ich kann mal schauen ähm aber ich glaube das mache ich doch nicht jetzt hier ein Video das könnte ja das wird zu lange dauern ähm ob man das über Scrollen noch anzeigen lassen könnte ähm wie gesagt also Astrid hat hat die Skriptmod geschrieben ich bastel einfach gern rum damit ähm aber ich kann gern mal schauen ob ich das noch irgendwie wie er reinbasteln kann ähm persönlich muss ich sagen also ich habe ja viele Skripte angezeigt aber das ist etwas was ich nicht angezeigt habe weil das ist mir zu zu langwierig und im Endeffekt du siehst ja ob es funktioniert oder nicht also du brauchst die Anzeige wie ich dir vorhin gesagt habe diesen LCD kannst du eigentlich jetzt löschen weil du hast die Koordinaten eingegeben wir haben gesehen das Skript funktioniert ähm wir brauchen hier kein Ausgabeskript hier für nicht ähm da gibt es andere Skripte wo du das Ausgabeskript äh das Ausgabe LCD behalten möchtest äh aus verschiedensten Gründen aber jetzt hier ne du du hast deine du hast deine zwei Neunerbeete wir sehen die Koordinaten wir sehen ähm dass die Pflanzen aufgelistet sind ne das ist einfach am Anfang zum Debuggen und zum Sicherstellen dass das Skript läuft ist ist das ähm wichtig und hilfreich und danach eben eigentlich nicht mehr und ähm was äh doch was gut dass wir jetzt noch ein bisschen gequatscht haben weil ähm was mir jetzt entfallen ist ähm das vorher zu erwähnen ist folgendes zum Abschluss ähm es hat auch eine gewisse Range also ich hab vorhin mal erwähnt eben wegen der Ebene wir müssen pro Ebene ein Skript machen ähm und was aber auch ist ähm es hat eine Range ähm ähm eine Flächenlimitierung ähm und das ist ungefähr 25 bis 30 Blocks äh kommt dann halt auch noch ein bisschen drauf an ob ihr ein 9er Beet sehr lang gezogen habt oder ob ihr das eher quadratisch habt ähm dann ist es halt wieder ein bisschen kürzer ähm in die eine oder andere Richtung im Vergleich zu wenn es lang ist ähm da müsst das ist halt eben kommt ein bisschen aufs Beet drauf an aber ihr habt halt eine eine Limitierung wie viele Beete dass das ähm abgrasen kann da muss ich gestehen weiß ich keine absolute Zahl ähm da habe ich bei wem anders auch auf dem äh Server gesehen dass der halt eben ähm ähm dass bei ihm nicht alle Beete abgegrast wurden und dann ach so ach so ja genau da ist ja die Limitierung da müssen wir schauen dass ähm die Koordinaten halt entsprechend angepasst werden und da würde ich dann halt auch einfach schauen dass ihr in ganzen 9er Beeten äh arbeitet also halt immer die äußerst die äußerst die Ecke anschauen einfach zum sicher sein auf der gegenüberliegenden Seite in der Diagonale und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite aber wenn ihr jetzt wirklich ähm einen auf Wild machen wollt und keine Ahnung ein 200 Meter langes Beet machen wollt was 50 Meter tief ist ich wüsste jetzt nicht mal äh wie viele Pflanzenbeete ihr da reinkriegt ähm dann müsstet ihr das sicherlich auf mindestens drei bis sechs äh Skripte aufteilen und dann haben wir dann aber auch wieder das Problem dass wir halt einerseits die äh Skripte die müssen ja einzigartig sein das heißt wir müssten dann das Skript auf Harvest 1 nennen zum Beispiel oder äh ich meine das ist ja auch nur der Einfachheit halber oder halt wir benennen es noch sinnvoller und sagen zum Beispiel Ernte unten links und dann müsst ihr halt entsprechend ne mindestens beim Erstellen der Ausgabe jetzt seht dann halt auch heißen Ernte unten links und dann eine zweite Ernte unten Mitte und der dritte Ernte unten rechts und so weiter und so fort halt oder ihr könnt natürlich auch die Zahlen nehmen also je nachdem was dann halt äh in der Situation angebrachter ist aber das ist halt wichtig und ähm ihr habt natürlich auch ein Platzlimit also selbst mit das ist auch so ein geiler Satz mit ohne Massevolume ähm habt ihr natürlich nur eine begrenzte Anzahl äh Slots die ihr im Kühlschrank machen könnt ähm und der kann natürlich äh halt je größer die die Beete sind oder je mehr Beete ihr habt ähm kann dann natürlich auch schneller mal voll werden und halt ich würde da halt schon empfehlen dass ihr für jedes Skript einen Kühlschrank nehmt dass ihr halt wirklich auch das was ihr mit dem Skript verarmen wollt auch sicher in den Kühlschrank kriegt dass ihr dann halt eben so wie ihr dass ihr sonst hättet ihr ja nicht die Pflanzen da gesetzt oder in der Anzahl wie ihr habt ähm dass ihr halt die Sachen rauskriegt die ihr haben wollt weil ansonsten könnte halt sein dass sagen wir mal ähm mehr Pflanzenfasern da sind als Pentaxid oder umgekehrt oder viel mehr Gemüse als Pflanzenfasern und ihr jetzt eigentlich Munition machen wollt ne kann alles passieren ähm also da würde ich schon wiederum empfehlen oder halt ne dass ihr sagt okay ich mach jetzt ein großes Beet mit ähm eben mit Pflanzenfasern zum Beispiel und ein großes Beet mit Pentaxid und dass ihr dann jeweils dafür ein Skript macht mit einem Kühlschrank wo dann halt eben nur das drin ist und ja es muss ein Kühlschrank sein auch für Pflanzenfasern und für Pentaxid ähm weil das Skript halt nicht mit Boxen arbeitet dieses Skript immer ja hast du noch ne 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 letzte Frage ich denke ich hab's dann soweit verstanden sehr schön ich hab dir jetzt auch nochmal zugelagert am Schluss ja gut dann hoffe ich euch hat das Video geholfen und gefallen äh wenn dem so ist würde ich mich natürlich über ein Like und ein Freund wie gesagt Link zur Skriptmod und zu meinem GitHub mit einem Haufen Skripten drauf findet ihr in der Beschreibung vom Video und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß und alles Gute Tschüss